Hallo, willkommen bei Conny Canarias und Spanisch mit Conny. So, heute widmen wir uns mal wieder den Fahrzeugen. Wieder eine kleine Wiederholung. Die Fahrzeuge, los vehículos. Fangen wir an. Das Fahrrad, la bicicleta, la bicicleta. Oder kurz, la bici, la bici. Das Moped oder das Motorrad, la moto, la moto. Das Auto, el coche, el coche. Der Bus, el autobus, el autobus. Oder der Kanar sagt, la guagua, la guagua. Das Taxi, el taxi, el taxi. Der Lastwagen, el camión. El camión. Der Zug, el tren. El tren. Das Schiff, el barco. El barco. Das Kreuzfahrtschiff, el crucero. El crucero. Der Helicóptero. Der Helicóptero. El helicóptero. Das Flugzeug. El avión. El avión. So, und dann nochmal die Farben. Gelb, amarillo. Amarillo. Weiß. Blanco. Blanco. Braun. Marron. Marron. Rosa. 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 Lila. Malva. Malva. Oder lila. Oder violeta. Violeta. Grün. Verde. Verde. Orange. Naranja. Naranja. Schwarz. Negro. Negro. Rot. Rojo. Rojo. Aber. Rotwein. Vino. Tinto. Blau. Azul. Azul. So, dann bedanke ich mich wieder laut nachsprechen und wir hören uns morgen. Hasta mañana.